Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 15. Dezember 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1134. Heute mit den folgenden Themen. 3 Billionen, You, MusicMag, Match, Tracker Detect, HomePod, Siri, CES, Oppo und LastPass. Ja, heute ist das Ganze ein bisschen umfangreicher als auch schon. Mal schauen, was uns da alles mit reingespült wurde. Zum einen ist aktuell die Apple-Aktie am Hochhüpfen und zwar fleissig. Erst gerade in den letzten knapp eineinhalb Wochen ging es täglich nach oben, oben, oben und sogar so weit, dass man den Rekord geschafft hat. Und nächstens, so wie es ausschaut, die erste Firma sein könnte, welches die 3 Billionen US-Dollar überschreiten könnte. Mal schauen, mal schauen. Wer Aktien davon hat, wird sich sicherlich glücklich schätzen. Dann gibt es Neuigkeiten zu You, dem Schweizer Fintech. Das hat jetzt per kleinem Update die monatlichen Kartenlimit festgelegt. Respektiv, ihr könnt das neu jetzt festlegen, in der App drin, wie das genau funktioniert. Eine Anleitung dazu gibt es auf daily.tiktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Zum Anklicken, Durchliessen, Nachmachen. Und da findet ihr auch einen kleinen Promocode, wenn ihr das dann ausprobieren möchtet. Neu mit Trading Credits. Schaut mal rein. Auch verlinkt habe ich meinen Erfahrungsbericht, den ich gestern noch händisch überarbeitet habe. Der war nämlich bei 3 Monaten stehen geblieben. Jetzt habe ich mal ein Fazit gezogen. Nach 7 Monaten in Nutzung der You-App. Weiter geht es mit Music Match. Was ist das? Eine sehr kleine, sehr einfache App, die nicht viel kann, aber das, was sie kann, richtig gut. Wer kennt das nicht? Ein Kollege von euch oder eine Kollegin schickt euch einen Link zu einem Musikstück, das ihr euch anhören sollt. Ihr habt ein Spotify-Abo, die Kollegin oder der Kollege ein Apple-Music-Abo. Was passiert dann? Ihr schaut ins Leere. Ihr möchtet ja als Apple-Music-Nutzer nicht nach Spotify wechseln und umgekehrt. Da gibt es eben Hilfe und die Lösung dazu nennt sich Music Match. Die App hilft euch, das Ganze einfach umzuwandeln. Ihr gebt den Link direkt in der App ein oder über eine Safari-Erweiterung lasst ihr automatisch zum Beispiel Spotify-Links in Apple-Music-Links weiterleiten. Finde ich ganz geil, die App werde ich gebrauchen, denn ich bekomme ständig irgendwelche solche doofen Spotify-Links, mit denen ich nicht wirklich viel anfangen kann und oder will. Im Juni dieses Jahres, während der WWDC, hat Apple versprochen, dass sie zu ihren AirTags auch eine Android-App bringen werden. Ja, Ende Jahr ist es jetzt. 14. Dezember war gestern, als die App rausgekommen ist. Hört auf den Namen Tracker Detect. Das ist eine Android-App von Apple, die es euch ermöglicht, AirTags zu finden. Im besten Fall natürlich euren oder einen, den man euch hat unterjubeln wollen, wenn dann Menschen in eurer Umgebung sowas tun. Genau. Nutzen, wer AirTags nutzt, ist sicherlich nicht verkehrt. Ich werde es auf meinen Android-Devices installieren, dass ich dazu beitragen kann, wenn Leute ihre AirTags oder Geräte oder Produkte oder was auch immer, die sie mit ihren AirTags versehen haben, unterwegs einfacher suchen können, falls ich mal das iPhone nicht dabei habe, dass ich da auch mithelfen kann. Neuigkeiten gibt es in Deutschland für ein HomePod. Da hat es nämlich ein Update gegeben auf die Version 15.2. Gut, das Update hat es auch in der Schweiz gegeben, aber das ist nicht ganz so umfangreich für uns zu nutzen. Zum einen ist das Apple Music Voice-Abo jetzt mit integriert. Zum anderen aber kann der HomePod Mini endlich auch verschiedene Sprachen erkennen. Das heisst, wenn ich nach einem Termin frage, sagt die liebe Siri mir was anderes, als wenn meine Frau oder meine Kinder danach fragen. Das Gleiche ist übrigens, also falls er natürlich die Stimme erkennt, gibt er einen Termin aus. Falls er die Stimme nicht erkennt, fragt Siri einmal nach, wer das denn das jetzt ist und dann kann man das Ganze verknüpfen. Sollte die Stimme unbekannt sein und ihr nach einem Musikwunsch euch äussern, dann wird Musik aus dem Standardprofil ausgegeben. Weiter geht es mit tvOS. Auch da gab es ein Update auf die Version 15.2. Solltet ihr unbedingt installieren. Passiert bei mir hier rechts neben dran gerade. Denn da könnt ihr nämlich etwas machen. Neu und endlich findet ihr auch die Sprache Deutsch, Klammer auf Schweiz, Klammer zu, bei Siri. Und das ist toll. Endlich dürfen wir auch Siri nutzen. Und das schaut nämlich ganz so aus, dass mit dem vorher genannten 15.2 Update auf dem HomePod Mini auch das Ganze in der Schweiz nutzbar wird. Ich habe so einen, ich werde das mal ausprobieren. Ich hoffe, dass dann nächstens auch die HomePod Minis in der Schweiz in den Handel kommen. Also so offiziell, nicht über irgendwelche anderen Wege. Auch ein Update hat die IKEA Trout Free, das Gateway von IKEA Smart Home Lösung bekommen. Auf die Version 1.19.0. Genau, von 1.17.19 hoch. Was kann es neu? Es unterstützt neue Geräte, vor allem Smart-LED-Lichter und so weiter. Aber er hat auch ein paar Einfrierer-Probleme, die anscheinend bei den Rollos Fürthour auftreten. Und dem Cut-Rill, wie auch immer man das ausspricht. Wer solche Geräte nutzt, soll das installieren. Auch ansonsten ist es geraten, das Update zu installieren. Auf jeden Fall nicht verkehrt der Weg, der ist. Ja, die CES, eine grosse, besser gesagt, die grösste Technikveranstaltung, die weltweit jeweils im Januar stattfindet. Zumindest im letzten Jahr oder diesem Jahr besser gesagt. Nur in virtueller Form. Corona, ihr mögt euch vielleicht erinnern. Im neuen Jahr 2022 soll es wieder eine Präsenzveranstaltung werden. Neben dem, dass es das Ganze auch in Online gibt, sollen 1.900 Aussteller vor Ort ausstellen, aus 160 verschiedenen Ländern. Und auch sollen da sein 2.400 Medienvertreter. Na, ob das dann nicht schon zu früh ist, ich bin mal gespannt. In Amerika ist man ja irgendwie, glaube ich, doch ein bisschen lockerer drauf. Was heisst hier doch ein bisschen aktuell wieder zu locker drauf, wenn man die Zahlen wieder beobachtet. Aber wir werden es sehen. Es geht ja noch ganz kurz bis dahin. In der Episode vor dieser, nämlich in der Geek Talk Daily 1133, habe ich euch gestern Nachmittag über Neuigkeiten aus dem Hause OPPO berichtet. Dabei ging es um das OPPO Air Glass und den OPPO Mari X, Mari Silicon irgendwas, also der eigene Silicon. Wer sich da ein bisschen mehr updaten möchte, hört in die Episode rein. Kleiner Spoiler an der Stelle. Morgen, oder besser gesagt heute, im Lauf des Morgens, wird noch eine weitere Episode, eine Sonderfolge quasi im Geek Talk rauskommen, weil OPPO noch was Zweites zeigen wird. Ich weiss das schon, ich kann in die Zukunft blicken. Haha, NDA sei Dank. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Weiter geht es mit dem letzten Thema und das betrifft LastPass. Immer wieder ein Thema hier in der Daily, unter anderem, weil sie wieder mal Sicherheitsprobleme hatten und sonstige Geschichte oder weil sie abverkauft wurden. Zuletzt ist es passiert an LockMeIn, also an den Dienst LockMeIn, wo sie verkauft wurden und der hat das jetzt wieder rausgekauft oder rausverkauft, muss man besser sagen. Was ist mit dem Unternehmen passiert? Nein, es gibt keinen neuen Besitzer, an den ihr euch gewöhnen müsst und Angst haben müsst, dass da irgendwelche AGBs von denen übernommen werden. Nein, LastPass soll ein eigenständiges Unternehmen werden. Laut eigenen Aussagen 30 Millionen Kunden, die im kommenden Jahr viele und schnellere Updates bekommen werden. Ich bin ja mal gespannt. Was mir an LastPass sehr gut gefällt, ihr wisst ja, ich bin OnePassword Nutzer, ist, dass da die Fido-Geschichte integriert ist. Und das würde ich mir bei Fido, äh, bei OnePassword auch extrem gerne wünschen, dass ich da meine Dinger endlich nutzen kann. Aber ja, wir werden es sehen. Das war es mit den heutigen Themen. Jetzt hat die Apple TV auch durchgestartet und Deutsch Schweiz. Ha, ich freue mich schon. Genau, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne morgen, übermorgen, einfach bei der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.